sind die so leicht erhöht, können auch leicht fast alles treffen. Seid ihr Scharschützen? Ich stehe euch einfach mal hier. Ich verfehre euch einfach. Gleich nochmal im Wald drin. Zum Angriff, mein Lord! Jagd Angst in ihre Herzen! Ja, wir warten einfach. Die wurden ja schon mal getroffen. Mal sehen, was sie macht. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich was gemacht wird. Ich bin mal gespannt, ob es sie macht. Ah, hier wird was getroffen. Das ist sicher. Wenn das jetzt wahrscheinlich umsonst. Die können gut treffen, die Jungs. Muss ich ja mal anmerken. Sehr gute Kanoniere. Sieht ja auch schon sehr, sehr gut aus. Oha. Damit haben sie hier ein Loch mehr. Wir haben die Hälfte der Einheiten hier kaputt gemacht. Wir können sogar einen Seebombardebomb machen. Ich vergesse das sehr, sehr gerne. Ich bin jetzt einfach mal nicht so neugierig. Und da hoffen wir nicht sehr viel von diesem Badebaum. Weil die jetzt wahrscheinlich hier eine Gebäude ankommen haben. Ja, das ist das Laufen schon weg. Das heißt, wir dürfen das raufbauen, wenn wir die Schlacht nicht haben. Ich bin jetzt fast leergerutscht. Ich bin jetzt fast leergerutscht. Wir spielen mal ordentlich vor. Oha. Er drückelt aber ordentlich. Also, lieber Herr, wer auch immer mir diesen Tipp gegeben hat. Ich sehe jetzt nicht gerade, dass die hier rauslaufen. Ich sehe nur, dass das den PC ein bisschen überfordert. Aber das bringt anscheinend überhaupt nichts. Wie soll das? Was gibt ihr mir denn so einen Tipp? So einen spannenden? Ja, jetzt ist die Frage, wie ist unser Vortrag? Ja. Hier haben wir noch knapp 200 Gegner. Hier haben wir noch 200. Hier haben wir noch 200. Hier haben wir noch 200. Ungeschätzt. Ich muss jetzt mal hier reinschießen. Ich muss jetzt mal hier reinschießen. Ich sehe mal, wo wir bombardieren. Na so, komm. Es wäre doch hochgezählt. Ah nein. dadurch doch das war es jetzt auch hier können wir nicht auf die entfernung machen das heißt da er war also soll da alle form vorwärts marschieren Prozent Prozent dann hat es so okay es zeigt sich ob wir ein nicht dazu jetzt zeigt hier schau mal kurz wer hier alles verteidigt greift doch dort mal an wenn ihr so gut trefft wie eben, dann wird das ein sehr schmerzhafter Angriff für den Gegner wenn ihr den nicht so gut trefft, ist das schade jetzt haben wir noch keine Einheit gemacht da müssen wir wahrscheinlich einschießen jetzt Das war's für heute.